Hallo, ich bin der SamtexWookie und ich zeige euch den Erfolg von Modern Warfare auf der Karte der Tod kommt von oben, oder die Mission der Tod kommt von oben, mit dem Art 230, 5 auf einen Streich, ganz easy, geht sogar auf Veteranen, also kann man ja gar nicht verfehlen und ja, bin heilfroh, dass ihr das Remastered haben, das was auf Dexversorgung nochmal spielen kann, ich hoffe, dass die anderen Teile auch kommen, also ich finde es sehr gut und ja, wünsche euch noch viel Spaß, haut rein, ciao, euer Wookie.